Das Schauspiel des Lebens In deinen Schwächen liegt das größte Potenzial. Jeder Spieler, der sich entscheidet, im Schauspiel mitzumachen, weiß, dass das Spiel auf der Bühne des Lebens Herausforderungen bereit hält, und Hürden, die dazu da sind, dass man dadurch nicht nur weiß, was Polarität ist, wie Liebe und Angst, sondern die große Palette der Gefühle zwischen Angst und Liebe erleben darf. Es ist nicht genug, im Kopf etwas Theoretisches über ein Gefühl zu wissen, denn die verschiedenen Emotionen müssen erfahren werden. Dies ist der Zweck des Schauspiels. Der Schauspieler erinnert sich kaum an die vorherigen Szenen, stattdessen bleibt das gute oder ungute Gefühl. Wenn der Spieler die Beobachterrolle nicht verliert, geht er die Herausforderungen gelassen an. Gerade die Schwächen können den größten Sieg im Spiel bedeuten. Wenn ein Spieler eine Krankheit überwindet, kann er den Ausweg den anderen Spielern aufzeigen. Er weiss nicht nur im Kopf, wie es ist, Schmerzen zu haben, sondern er spürt das Leid der anderen. Er hat mit dem eigenen Leib erfahren, was es heisst, Verzweiflung und das Gefühl der Ausweglosigkeit zu erleben. Dieser Spieler erlebte die Stationen der Heilung und Befreiung. Darum ist er seinem Mitspieler gegenüber langmütig und demütig. Dieser Spieler wird nie den Leidenden verurteilen und besserwisserisch sein. Bei manchen offenbart sich die Schwäche, indem man sich nicht annehmen und lieben kann. Wenn der Spieler im Laufe der Szenen lernt, sich vollkommen anzunehmen, kann er wirklich authentisch den Befreiungsprozess aufzeigen. Der Mitspieler nimmt es wahr, ob jemand ihn belehren will oder verständnisvoll und demütig zur Hilfe steht. Manche Spieler haben finanzielle Schwierigkeiten, dennoch erlernen sie, wie man diese Hürde überwindet. Dieser Spieler hat das Potenzial, anderen den Weg zu zeigen, wie man Fülle im Finanzen generiert. Es gibt noch zahlreiche Bereiche, wo wir unsere Schwächen zu Stärken umwandeln können. Es können Eifersucht, Ängste, Behinderung oder diverse andere Schwierigkeiten sein. Sobald du erkennst, dass die Schwäche keine Strafe ist, siehst du hinter dem Horizont Licht aufzukommen. Das Licht kannst du viel besser aus der Vogelperspektive erkennen. Aus der Perspektive der Schauspielbühne des Lebens siehst du dann das Licht, wenn du wieder Hoffnung und Vertrauen schöpfst. Vertrauen zu dem Regisseur, der es mit dir gut meint. Vertrauen zu deinem Kern, welcher in Verbindung mit dem ewig lebenden Schauspieler und mit dem Regisseur ist. Überlege dir, wo deine Schwächen liegen, bei mir zum Beispiel beim Reden. Ich spreche sonst so schnell, dass es den Menschen schwerfällt, mich zu verstehen. Drum habe ich die Hürde genommen, meine Schwäche zu meinem Potenzial umzuwandeln. So rede ich jetzt zu euch, langsam und mit Freude. Ein anderes Beispiel. Ich hatte es immer gehasst zu schreiben und ich meinte, es nicht gut genug zu können. Jetzt schreibe ich Artikel, E-Books und mein Buch ist gerade fertig geworden. Ich habe meine Schwächen zu meinem Potenzial umgewandelt. Es ging nicht von einem Tag auf den anderen. Ich musste erkennen, dass ich meine Grenzen immer mehr erweitern kann, weil der göttliche Funke in mir ist. Jeder von euch kann seine Grenzen verschieben. Da, wo du es bis jetzt nicht geahnt hast, kannst du die erstaunlichsten Veränderungen bewirken. Vielleicht ist es dir bis jetzt gar nicht bewusst geworden, dass du mit den Schwächen mögliche Schätze in dir trägst. Fange mit kleinen Sachen an. Du wirst einmal stolz auf dich sein. Du hattest Mut, deine Grenzen zu erweitern und aus dem scheinbar Unmöglichen etwas Großartiges zu schaffen. Dein Selbstwertgefühl wächst dadurch immer mehr. Du musst dich nicht mehr vor dem Ruhm anderer Menschen nähren. Du bist bei dir selbst angekommen. Deine immer fortwährende kreative Fähigkeit und Überwindungskraft geben für das Abenteuer des Spiels eine besondere Erfüllung. Atme ein. Wenn du wieder ausatmest, denk an einen Bereich in deinem Leben, wo du dich schwach fühlst. Atme ein. Und wenn du ausatmest, erweitere gedanklich in diesem Bereich deine Grenzen. Atme ein. Und wenn du ausatmest, nehme das Gefühl des Glücks durch die Umwandlung der Schwäche zur Stärke wahr. Und wenn du ausatmest, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020